Recht haben heißt noch lange nicht recht bekommen. Im deutschen Instanzenweg ist es erforderlich, einen erfahrenen Rechtsanwalt an der Seite zu haben, um wirklich zum Ziel zu kommen. Herzlich willkommen in meiner Kanzlei. Mein Name ist Rainer Schons, der Anwalt Ihres Vertrauens. Ich bin in der Trier Rechtsanwalt für allgemeines Zivilrecht und insbesondere Fachanwalt für Arbeitsrecht, Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht. Aber zu meinen Kernkompetenzen zählt auch privates Baurecht und mein besonderes Hobbygesellschaftsrecht. Untertitelung des ZDF, 2020 www.kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-kanzlei-k